Mal gucken, was jetzt noch so passiert. Gute Arbeit, Jungs. Ja, wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche, du dämliche Scheiß-Kack-Drecks-Maschine. Ach, komm schon. Kompels, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf. Bess. Man muss die Frauen erst immer anschreien. Damit sie machen, was wir wollen. Verdammt. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. Und zack ist es. Alles klar, Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Mügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte den Panzer fahren in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lassen wir dich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Anrufe! 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 Geh einfach! Er liegt immer noch! So, jetzt aber nicht mehr. Guter Schuss! Jetzt sind sie nicht mehr so alt! Los Blackface, mach's und fähr dich! Bleib konzentriert! Sollte aufgefallen! Merz will einen Krampf und wer sollte sie auch halten? Alter, die Fresse! Fertig! 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 Wissen Sie den Bastard! Kommen, Täume! Die geringste Schoss! Kommen, Täume! Kommen! Kommen! Grunzo, verpassen Sie ihm noch einen! Brenn, du Bastard! Das ist ein ganzes Wettbewerb. gerade einmal reparieren können wir ja machen ok los gehts auch nicht schneller auf der anderen seite dieser anhöhe ist ein zug depot wir wollen zu der hauptstraße direkt dahinter klar das ist ein sammelpunkt die wollen komplett zurückerobern also waren wir direkt durch und dann überlassen wir ihnen die überraschung am treffpunkt wie lautet denn der plan augen zu und durch die initiative heißt der plan wie sie hier hart und schnell auf sie nicht merken dass wir ganz allein die 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 Feuer! Nicht hier! Vor dir! Wir sind bereit! Weg mit der Geschützbesatzung! Diese Geschichte! Angriff! Angriff! Machen Sie sie fertig! Ja, das war's! Gute Arbeit! Aber wir müssen vorsichtig bleiben! Erledige die Infanterie! Ja, gleich, ich fahre erstmal eine Runde um den Block. Vielleicht mal hier kurz reparieren. Ich rücke vor! Festlangel! Ich rücke vor! Das war's, Edward! Er ist für Finch! Geben wir freie Schussfelder vor! Das ist für Bridget! Da, mein Mac Mannes! Die Schuss! Was ist für die Schuss? Die Schuss! Geh! 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 Na, wie gefällt dir das, Fels? Der Zertreffer, Merkmeines! Der Zertreffer, Merkmeines! Feldgeschütz! Feldgeschütz! Halten Sie sie um zum Leib, McManners! Er ist erledigt! Feindliche Gruppe nähert sich! Wir sollten möglichst schnell nach Combré fahren, direkt die Hauptstraße entlang! Aber genau von dort werden Sie kommen! Edwards, finde eine Position, an der wir Sie erwarten können! Ich muss mich gerade richtig konzentrieren! Darum bin ich auch gerade so still! Oh, um Katon. Zerstör den Winzling! Brät, ihr Jerry-Bastarde! Perfekt, Kuppel! Neh, das du in dieser, Jerry! Guter Schuss! Boah, die kaputt! Du scheiß Sting! Wir könnten es tatsächlich schaffen! Anziehen, wir sind für mich! Distanz stimmt! Halt sie durch, Fahrer! Geh kaputt! Ziel ausgeschaltet! Der Gegenangriff war lange nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr! Dann verschatzen wir uns hier und kämpfen! Dann soll Bess mal machen, was ihr am besten kann! Am besten mal die Zeit nutzen, um ihn zu reparieren, ne? Die Quotenkrücke sind wichtig! Da jetzt gehen wir die Zeit nutzen, um die Zeit zu verhinden! Dann gehen wir die Zeit, wir werden die Zeit für den Waffen zu verhinden! Ach, du Scheiße! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mach her da! Die schützt 2% ey! Gott! Genau so, McManus! Sehr gut! Alles ok! Fahrt weiter! Du Nerv, Alter! Gleich, Bess! Die letzte Schlacht! Sie dürfen nicht in Reichweite kommen! Halt uns in Bewegung, Edwards! Gegner! Erledige ihn! Achtet auf die Sichtlinien! Das war's für ihn! Das war verbreitet! Scheiße! Weg, Manus! Warte auf ein klares Ziel! Jeder Schuss muss sitzen! Ja! Boom! Hey! Nicht übermütig werden, Jungs! Wir haben's geschafft, Jungs! Du hast es geschafft! Nächster Halt, komm! Sir! Edwards! Bewegung! Bildet ihr nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst! Mir geht's gut! Aber so viel Spaß macht mich müde! Los jetzt! Fahr doch schon! Die Bess braucht nur lange! Fahrt! 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 Woh! Oh! Scheiße, nicht verreckelen! Die Black Bess ist gefallen! Hoch lebe die Black Bess! Du warst eine treue Dienerin! Ich werde dich für immer im Herzen halten! Danke, Black Bess! Danke! Dich werde ich nie vergessen! Du bist für immer in meinem Herzen! Du stehlende Dampframme! Danke! Wenn du wütend warst, hast du geballert! Wenn du gut drauf warst, hast du noch mehr geballert! Ich hab dich immer von innen wieder repariert! Du hast nie aufgegeben! Danke! Und? Black Bess! Was waren wir jetzt? Fahrer! Wir laufen! Das war's mit dieser Folge! In der nächsten Folge beginnen wir mit einem neuen Soldaten! Ich bin der Jake für Siscon! Bis dann! Tschüss! Wir machen uns! Ich bin der Tag! Ich bin der Tag! Ja! Ich bin der Tag! Hier! Begebe!